Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalloriot und ich begrüße euch zur elften Episode dieses Empyreon Let's Plays. Ich wollte jetzt gerade Omikron Let's Plays sagen. Wie bin ich denn drauf? Wahrscheinlich, weil wir einen schönen Omikron-Sonnenaufgang sehen. Ja, ich bin dabei, ich habe schon den Grundstein für meine kleine Basis gelegt. Oh, Helm, ganz wichtig. Und da werden wir jetzt dran weitermachen. Ausstattung ansonsten, Treibstoff dann haben wir, wir haben Generator, wir haben den Konstruktor, wir haben ein paar Klamotten, ein paar Steine, bräuchte ich noch mehr, ein bisschen auch Schotterwühlen gehen. Wir haben ein wenig etwas zu essen und ich hätte in der letzten Episode mich nicht killen müssen, weil ich hatte noch Pillen hier gegen die Lebensmittelvergiftung, an der ich gestorben bin. Habe ich nicht gesehen, die waren auch oben im Spind, im Schrank. Komfort. Ja, damit sagen wir mal einfach mal zu Fuß, weil diese Fahnen mit dem Hoovergerät hier auf diesem, ja, zerklüfteten Gelände auch überhaupt ja keinen Spaß macht. Na, wo ist denn der Holle? War da nicht auch im Dreh hier irgendwo? Da ist er. Nehmen wir mal an, dass er die Feinde auf dem Weg zur neuen Basis auch weggeräumt hat. Und die Jungs hier, diese Schwanzloche, die sind nicht gefährlich. Es sei denn, man schießt auf sie. Ansonsten kann man mit denen schön kuscheln. Hallo Jungs. So. Ach, und ich bin schon wieder hier am Rennen. Gar nicht gut. Sollte man sich ja aufheben. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Tut mir leid, wenn ich viele Dinge doppelt, dreifach, vierfach sage. Muss ich rechnen ja auch damit, dass ab und zu mal jemand dazuschaut, der neu hinzugekommen ist. Und der möchte ja auch das volle Wissenspaket haben. Steht ihm ja zu. So, da unten soll es losgehen. Mit schönem Blick auf Wasser. Äh, ist da eine Spinne? Oder ist das ein Flusen? Irgendwie. Was ist denn das? Ne, also mehrere Viecher. Und wir rutschen den Berg runter. Und cool. Na natürlich, klar. Ihr müsst natürlich jetzt hier das bewachen. Eine Spinne, zwei Spinnen und da ist noch irgendein anderes Viech. Na super. Ja, wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Der gibt uns gleich wieder einen. Fall ruhig um. Kein Problem. Deswegen machen wir es nämlich. Vier Fleisch, gleich vier Salami. Allerliebst. Ich sollte mir mal eine Salami reinhauen. Eine wenigstens. Nachgeladen haben wir. Müssen wir uns mal um die Spinnen kümmern. Ausdauer ist voll da. Lebensenergie ist dann schon runter. Ja, das ist auch mit das erste, was wir uns craften werden, wenn wir den Konstruktor stehen haben. So eine Heilkammer. So ein Midi-Dingens. Äh, das ist ein bisschen weit, wahr? Ich muss die wegmachen, sonst kann ich da nicht weiterbauen. Jetzt fangen wir mal mit der Spinne an hier. Okay, wer macht dann da so komische Geräusche? Ist das die Spinne? Stopp, bitte! Danke. Alter, die Räusch kann ich ja nicht oft genug hören, wenn die sterben. Oh, Kondi ist so gut wie da. So, wer kreucht und flüchtet da unten rum? Da ist noch irgendein Viech. Den müssen wir wegmachen. Na, da gingen auch ein paar daneben. Na, kommt auf Entfernung auch mal vor. Abstand. Gut. Hopp, hopp im Kopf. Na, geht doch. Also mit einem Viech kann man sich noch einlassen, aber... Nö. So, weiter. Ja, natürlich. Raust du ab? Oh, könnte tief sein. Oh no. Ist ja gemein. Hm. Hm. Na ja, kommt vor. Ähm, wo ist mein Zeug da oben irgendwo? Ja, das... Böse Viech ist natürlich noch in der Nähe, ne? Und der bewacht mein Zeug. Hm. Taschchen. Und weg. Und weg. Und weg. Schnell weg. Oh, ist ja noch so weit. Ja, Herr Strider ist mal wieder da. Sehr schön. Freuen wir uns. Können gerade nicht doch sagen. Und jetzt ist... Auch alle. Mal ein bisschen Abstand zwischen... Nein, könnte man wagen. Ganz ruhig. Läuft. Habe ich mir hier eben knapp 400 Kugeln gemacht und die sind alle durch. Warte, was? So, sagen wir mal schnell. Tag. Weg mit dir, du Jet, du. Nun, eigentlich wollten wir nur runter zur Base. Unser knapp 100 Schuss. Das mag für eh eine Spinde noch rechnen. Hm. Schlofi. Oh, Strider hatte schon mal angefangen. Gar nicht mitbekommen. Ich bin ja auch... Äh... Nicht jeden Tag hier. Oh, ist auch schon Level 16. Nice. Ah, ist jetzt auch eine Spinne. Mano. Hau mal bitte ab. Ähm. Gib mir mal den. Kann man auch hier und packen. Ähm. So, der alter Trick. Jetzt versuchen da aufzukommen. Hä? 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 schnell her. Mal spinnen können ja auch so Zeug werfen. Die kann dann auch so vergiften. Ne? Du musst schon irgendwie dich... und schnell, dass ich dich anschieben kann. Ja, hier muss man mit übelsten Tricks arbeiten. Äh... Heul doch. Hä? Ja. Her damit. Ähm. Ja, dann fangen wir einfach hier mal los. Und bauen einfach mal irgendwas hier in die Gegend rein. Äh. Okay. Ja, diese Flächen-Bautool ist auch nicht immer so richtig toll. Nein. Hallo. Ne, ne? Hau mal ab. Spinne. Äh. 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 Das ist nicht schlecht hier. So akkurat zu bauen. Also in der Tiefe. Mehrdimensional. Oh. Da müssen wir noch warten, bis das Ding wickelt. So. Drei in die Richtung. Das sollte dann erstmal unsere Grundplatte sein. Ja, sorry für den Jet. Hab schon gehört, dass mit Version... mit der Experimental, die gerade unterwegs ist, dass der Chatter auch schon wesentlich kleiner wieder ist. Finde ich sehr begrüßenswert, weil mich nervt das. So. Ja, der Raum ist ja dann natürlich auch mit 5 x 5 relativ klein. Wollen wir noch einmal rundherum machen? Hm. Ich glaube ja. Machen wir einfach. Möne klar. Das wird dann relativ eng mit meinen Klamotten, mit meinen Steinen. Aber das war ja klar. So kriegen wir den Baum irgendwie weggebohrt. Als ich abbau und schalte den richtigen Dröhnenmodus um. Okay. Ähm. Wir könnten es weg sägen, aber ich habe die Säge nicht dabei. Hm. Hier muss ich jetzt echt zurücklatschen und mir die Säge mitbringen? Die liegt oben im Schrank. Muss ich wohl. Schau und Schotter, ne? Ich sollte ja schon mal anfangen hier einen Keller vorzubereiten oder so. Ja. Spider-Man ist nach Hause gegangen. Sehr schön. Und ich denke hier vorne machen wir eine schöne Fensterfront irgendwie. Das heißt, das reicht, wenn wir hier ein paar schöne Ecksäulen haben. Das füllen wir dann irgendwie anders auf. Hier an der Seite hätte ich irgendwie gerne mittig eine Tür. Das heißt, man könnte schon mal ihn hier irgendwie vorbereiten. Zack. So, haben wir schon mal hier eine Wand. Wir haben eine Wand. Wir haben eine Wand. Ist ja allerhand. Ähm. Da wo der Baum steht, kommt auch eine Tür hin. Hier machen wir zu. Hier fehlt uns natürlich genau die Ecke. Macht aber nichts. Oh, haben wir eine Tür in jede Himmelsrichtung. Bis auf zum See hinaus. Ja. Wie viele Sterne haben wir noch? Noch 44. Da kriegen wir das Dach fast zu. Oh. Ich kann was klicken. Herr Hodl ist in der Nähe, glaube ich. Und das war's. Okay, haben wir noch ein Sonnendach. Ähm. Ja, wir haben noch kein Multifunktionstool. Das heißt, wir können hier auch noch nichts abbauen. Natürlich doof, dass ich mir den hier noch in der Mitte gesetzt habe. Aber ist egal. So. Constructor. Tank. Generator. Constructor. Sollte irgendwie in die Ecke. Und das denn irgendwie noch drehen, dass dort irgendwie ein bisschen der Tom hinten in der Ecke ist. Das sieht trotzdem sehr bullig, sehr wuchtig aus. Ne. Hier wollte ich können. So. Hier die Achsen drehen tut ihr. Das wirst ihr noch über Einfügen und Entfernen. Und drehen um die Achse mit Position 1 und Ende. Na. Ich hab den ganze Jahr so an der Decke hängen. Kann man schön drunter durchlaufen. Da haben wir einen Tank. Äh. Vor allem gleich alle Batterien. Könnten wir Batterien für noch was anderes brauchen. Eventuell. Ich nehme erstmal nur vier Stück. Legen wir hier rein. Zehn Prozent. Sehr schön. Wir haben eine Basis. Wir haben eine Basis. Wir haben einen Constructor. Edge. Alles gut. Wir haben das Spiel schon fast gewonnen. Ja. Ja. Liegestuhl. Und alles wird gut, oder? Aber hier können wir uns schon mal gut flüchten. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Äh. Strom aus. Nehmen wir mal die Werner Hand. Sollte ich rennen? Na, das könnte immer noch irgendein Dovid Viecher in der Nähe sein. Dann habe ich nicht die Puste um zu rennen. Äh. Ja. Da unten ist jetzt mein Werk. Ja. Die erste Basis hier, die wird natürlich temporiert. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Die wird nicht so schön. Die ist jetzt erstmal zum Unterstellen. Zum Heilen. Luft und sowas haben. Ähm. Einfach schöner und besser als dieses Crasht Cockpit. Und wenn ich dann Omikron verlassen habe, dann können auch alle die, die hier auf Omikron spawnen, gerne auf dieser Basis wohnen. Bis sie dann selber umziehen, wenn sie das dann vorhaben. Und ein Omikron ist ein schöner Planet. Aber hier so die Sache mit, dass man dauernd Luft braucht, ist natürlich nicht so toll. Ähm. Ich habe keinen Helm auf. Was soll denn das jetzt? Natürlich habe ich keinen Helm auf. Ja. Ich sehe auch hier meine Klamotten sind auch schon ganz schön runter. Dafür gibt es jetzt auch so eine Reparaturstation, wo man dann auch Waffen und Rüstung und sowas halt reparieren kann. Aber so wie ich gehört habe, niemals auf den vollen Stand. Also man würde Gerät, was man repariert, niemals so reparieren können, als wenn es neu ist. Also man muss es irgendwann ersetzen. Kann sein, dass man jedes Mal was witzig 10% verliert oder so. Ja. Dann können wir eigentlich alles mitnehmen, oder? Können wir hier richtig leer machen und umziehen. Na. Hallo. So. So. Ähm. Ähm. Konstruktor. eine der ersten Sachen, die ich bauen werde. Ähm. Äh. grübel, grübel, grübel. Wir brauchen auch dringend neue Munen. Gut. Dann packe ich die Sachen nochmal weg. Die war Tatsache in nächster Zeit nicht. Eigentlich brauchen wir eine Pflanzenfaser für Blumenbottiche. Dich möchte ich gerne unten haben. Ähm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ihr bleibt erstmal noch hier. Ach. Dreier brauchen wir auch noch nicht. O2. Packen wir mal hier hin. Äh. Antistrahlungstabletten brauchen wir eigentlich auch noch nicht so dringend. Dich stellen wir gleich unten auf. Gegengift behalten wir. Ah, Mann. Das verkräftigt gleich. Ihr bleibt hier. Ihr bleibt hier. Das Tode hier hin. Gut. Weil die wichtigeren Sachen habe ich ja hier unten am Constructor. Ähm. Können wir hier alles nehmen auf einmal? Ne. Natürlich nicht. Okay. Schalten wir in Ordnungsgemäß aus. Und nehmen wir ihn mit. Hm. Okay. Wollen wir auch einen packen. Und die kann mir auch langsam hier die 15mm Moon machen. So bei der richtigen Richtung. Ein bisschen noch. Gucken von außen mit der Taste V. Äh. Hochpumpen auf drei Meter nicht vergessen. Jetzt stößt man überall an. Ne. Nimm mal die Kamera mit. Äh. 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 Jetzt sind wir wieder in eine falsche Richtung. Sag mal. Was ist denn hier los? Also dieser Kompass. Der nervt mich ja völlig. Und nicht auf dem Dach landen. Nur irgendwo hier sollte es reichen. Na. Na. Mach mal die Kamera aus. Und dann passiert wieder das Ding. Ich meine, das kann sein, dass das Ding ein bisschen rückenlastig ist sozusagen. Das ist der Schwerpunkt ziemlich weit hinten ist. Aber das reicht doch nicht, um mir gleich so eine Kohlerei hinzulegen. Finde ich. Merkwodig. So. Säge. Äh. Achso. Weil. Ah. Biokraftstoff. Shit. Müssen wir mal tauchen hier hin. Ist das nicht nervig. Hm. Jetzt richten wir uns hier erstmal ein. Eisenkupfer. Kobel. Silizium. Den kleinen Constructor. Den stellen wir einfach mal hier hin. Äh. Das ist ja gar nicht der Constructor. Das ist ja... Er hier. Sieht nur ein wenig ähnlich aus. So. Anschalten. Und Salami. Aber richtig. Wollen wir mal hier weiter ein. So. Das Ding können wir aufstellen. Und wir brauchen... Äh. Er ist an. Auch noch ähm. Einen O2 Tank irgendwie. Für ihn hier. Können wir uns wohl leisten. Dann bauen wir den. So. Obwohl die... Schmeiß ich hier mit den Ding Constructor. Mit dem werde ich erstmal in der nächsten Zeit hier. Wenn ich Ressourcen habe. Die drin erstmal vorverarbeiten. Zu barren. Eisenerz. Wo kommt das jetzt her? Achso. Das wird wahrscheinlich auch ein Rest gewesen sein. Aber man braucht ja 5 um einen Barren zu erstellen. So. Das ist noch eine Komponente. Das ist eine Komponente. Hm. Dafür brauchen wir eine Kochkonsole. Und das wird auch eine der nächsten Sachen sein. Die wir wahrscheinlich bauen. Äh. Warteschlange. Was ist los? Worauf wird hier wartet? Du bist doch an. Oder sehe ich dich jetzt falsch? Du hast 4 Metallkomponenten. Und du hast ein... Steuergerät? Ne. Was denn da los? Metallkomponenten. Steuergerät. Wird man irgendwie anstoßen? Ne. Ach. Ja. Guten Morgen. Hören wir Strom an. Dann wird das hier aber was. Ihn wollten wir haben. Ne. Keine 10. Fuck. Fuck. Moment. Eins. Eins reicht am Anfang. So. Wir nehmen auch noch 2, 3, 4, 5 Lichtblöcke. Silizium haben wir hier noch. Aus Silizium wird ja Glas gemacht. Ja. Ihn hier könnten wir einen Angriff nehmen. Wassergenerator. Brauchen wir Wasser? Eher... Eher nicht. Klonkammer. Medizingeschichte. Ne. F3. Basis. Wir hätten gerne... Haben wir schon? O2-Station. Medizinstation hätte ich gerne... Oh, dafür muss ich Level 10 sein. Ich bin nicht Level 10. Gar nicht gut. Pflanzenlicht können wir schon mal übernehmen. Kühlschrank hätte ich hier gerne irgendwie. Und wir müssen uns dann erstmal auch mit Kanonenschützen irgendwie über Wasser halten. Hangartür brauche ich nicht. Rolltür brauche ich nicht. Noch nicht. Anzugstation. Anzugstation. Ventilator. Auch wichtig. Ja. Dann haben wir erstmal schön viel Spielzeug. Äh... Türen. Dann haben wir die doch standardmäßig. Drei Stück nehmen wir davon. Nehmen wir davon. Und der Tank kommt hier hin. So. Schön gefüllt. Ja, Kisten so an und für sich, um Sachen unterzubringen, die man nicht mit rumschleppen möchte. Die müssen wir auch erstmal skillen, so wie es aussieht. Wo haben wir denn Kisten, 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 Kisten? Ich bin blind oder ist das unter Verschiedenes? Verschiedenes. Frachtblöcke, Munitionskiste brauchen wir nicht. Munitionskiste, Sauerstoffgenerator, den werden wir mal bauen, beziehungsweise erstmal freischalten. Wo finde ich denn die Kiste, oh, MUFU-Werkzeug, wichtig, Bohrer T2 können wir noch nicht bauen, da fehlen uns noch die Ressourcen. Ja, Lichter zum Bauen könnte man machen. Waffen bin ich glücklich, was ist hier los, warum finde ich denn die Kiste nicht? Guck mal, Reihe für Reihe, O2, 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 Klonkomman, Medic, Generator, Schwerkraftgenerator, Offline-Schutz, Generator, Generator. Aufzüge, Licht, Selbstschutzanlage, Coolschrank, Kanonenschütze und so weiter und so fort, großer Constructor, Schmelzofen, auch eine neue Sache. Ja, nice, Hangartüren, Automatiktüren, sag mal, bin ich irgendwie blind, sehe ich irgendwie Kisten nicht? Oder sind die jetzt woanders? Äh, ne, zum Teil übelste Baublöcke, so wie wir sie kennen. Hier sollten auch keine Kisten bei sein, würde mich wundern. Motorrad-Sensoren, LCD, Kerntür, Constructor, Motor-Sensor, Stoffwassergenerator, Kühlschrank, Nahrungsmittelprozessor, Generator, Maskertaff ft R Caption, Mel Panda-State Korböcke, Bekk instance, Gewehrstelle-Int overnight. Ähm, ich finde die Kisten, ich.. Weder hier, noch hier, sag mal.. Kann ja, dass ich mir hier beim Wessel irgendwie dazu craften muss. Ich habe es mir gefühlt, als wenn ich eine Brille für mir brauche. Es gibt es ja gar nicht, Small-Wessel, egal, Huber-Wessel, Fracht. Weil sie anders aussehen, als erwartet, mein Fehler, so. Dann machen wir uns doch mal eine Frachtbox, Türen und Frachtbox. Wir drehen, wir haben noch kein Biofuel, das heißt wir können diesen Baum da noch nicht rausschneiden. Dann haben wir ihn und hier stelle ich mir irgendeine schöne Fensterfront vor. Die Kisten sind dieselben, hier könnt ihr euch mit der rechten Maustaste auswählen, was ihr davon haben wollt. Wissen einige, exakt nur noch mal. So, dann werden wir mal alles wegstellen, was wir nicht brauchen. Oh, das Ding können wir auch aufstellen. Könnte auch hilfreich sein in naheliegender Zeit. Wohin stellen wir das Ding, kann mich gerade nicht entscheiden, machen wir es hier hin. Oder hier hin. Ah, herrlich. Meine erste Eigenluft, das nutzen wir natürlich gleich völlig aus. So, Nahrung sehen wir noch dünner aus und ich müsste auf Level 12 kommen, um mich selber heilen zu können. Gut, alle schöne Ziele, die wir in den nächsten Episoden verfolgen werden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei zappt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch. Da ist das nicht so ganz ernst. Amen.